Jetzt habe ich das Fahrrad umgestellt, bin hier immer noch am Main, jetzt ist Zeitraffer eingestellt, hier eine Sekunde pro Bild. So gut, wird scharf gestellt, jetzt wieder scharf gestellt auf die Dreikönigskirche, da oben sieht man schön wieder die Flugzeuge fliegen und hier voll die Sonne am Untergehen, am Horizont. Ja, was soll man da sagen, genial, ne, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück, so, schade so, dass jetzt kein Schiff kommt, ich will auch mal testen, wie so die Gegenlichtaufnahme ist mit der untergehenden Sonne, mal scharf stellen, aha, der Schatten hier an der Mauer, ist auch schön von den Leuten, die hier vorbeigehen und da oben, wie schon auf dem anderen Handy gesagt, keine Module, wo sind die Module, die jetzt schön Strom erzeugen können und die bei der Königskirche schlägt jetzt 4 Uhr, hm, Kogel geflogen, 2, 3, 4, 4 Uhr hier am Main, an der schönen Aussicht, ne, ist das, denke ich mal, ne, gut, so, das ist gut, würde ich euch mal versuchen, euch? Und dann, компstate! Ich habe euch schon mal, 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 mal.